Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte vier-einhalb-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung befindet sich in Münster-Angelmodde. Das im Jahr 1962 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Das Objekt befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche, einen Keller und einen Außenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 104 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Dachgeschoss-Wohnung auf 256.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn ich You Bis zum nächsten Mal.